Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Achem, Achem, ich als Reporter der New York Times habe ein paar Fragen an Sie. Werden Sie bereit, diese anzunehmen? Selbstverständlich, alles für meine Fans, ja. Okay, wie bekannt ist, nehmen Sie ja am NCB dieses Jahr teil, 2014, und es wird wahrscheinlich auch der Fall sein, dass Sie alle zerberstet werden. Ist das korrekt? Ja, wie man es von mir gewohnt ist, ja. Okay, wird Ihr Flow denn auch an Ihrem Niveau von, ja, eigentlich immer schon ranreichen? Also werden Sie Ihren Flow behalten? Also der ist ja alles zerberstet. Der wird alles übertreffen. Ich freue mich drauf. Okay, so. Dann haben unsere Leser noch eine sehr wichtige Frage, die sehr oft gestellt wurde. Warum schneiden Sie mit einer Sonnenbrille? Weil ich für meine Erfolge geblendet werde, ja. Skytech Media Du hast einen Rucksack auf dem Kopf, warum verlust du hässlich bist, wenn ich in Urlaub fahr? Werde ich ungewollt zum Sex-Tourist in meiner Sonnenbrille? Diese Reflexion von einem Loser, wenn ich spritze, erstarren Rap, als wäre ich Medusa. Lass mich dir dein lyrisches Grab schaufeln, weißt du hier, wirst du schon vom ersten Part draußen. Ich werde dich ausgradieren, wie Graffiti auf einem Blatt Papier. Nach dieser Runde hier, nimmst du nie mehr Teile an einem Rap-Turnier. Warum traust du dich, so einen Track zu machen? Wobei der einzige Zweck ist, sich drüber wegzulachen. Kein Zusammenhang, dafür reichlich Gegnerbezug. Ich mein, ich brauch den nicht, ich bin einfach nur zu gut. Dieser Track hier ist die lyrische Explosion, während deine Texte immer nur Schwänze blown. Wenn ich vorstellen darf, ich bin das Monster aus deinem Albtraum. Und da guckt ihn euch an, denn dieser Lappen reimt kaum. Mich kann keiner schlackt, wenn zu hoch hängende Box sagt. Ich komm in deine Hood, mit dem krumm felgenden Bobka. Du bringst immer nur Wack Lines. Ein schlechtes Beispiel für Rap Linus. Yeah. Mich kann keiner schlagen, wenn zu hoch hängende Box sagt. Ich komm in deine Hood, mit dem krumm felgenden Bobka. Du bringst immer nur Wack Lines. Ein schlechtes Beispiel für Rap Linus. Yeah, so ist es. Und das war es die Quali.